Wir zeichnen, dass oben dieser Pflaumen, der eigentlich nixsagend ist, ein bisschen weg geht hier auf der Seite auch. Männer kennen das, die haben das hier oben. Da mache ich die Konturen, wie er gesagt hat, schön sauber. Tipp für zu Hause. Tipp für zu Hause. Wir machen das ja in unserem Barbiershop mit heißen Kompressen schön, dass es haarhydroskopisch wirkt und schön Feuchtigkeit annimmt, dass ich mich nicht leicht weg bekomme. Er, zu Hause, hat jetzt schon geduscht. Das ist wichtig. Wichtig, Reinigung mit einem wirklich Premium Bartshampon.